Was geht ab Leute, euer Frapsysio und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns wieder den neuen Shop an und zwar vom 30.03.2019. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir bekommen werden. Das ist ja der vorletzte Shop von diesem Monat. Morgen wird noch ein Shop kommen und dann, Freunde, haben wir den ersten Shop vom April. Das Interessante ist natürlich, was wir heute erhalten werden. Normalerweise sollten auch neue Skins reinkommen oder allgemein etwas Neues sollte wenigstens drin sein. Währenddessen, Freunde, könnt ihr natürlich gerne meinen Supporter-Creator-Code FRPZ-YT eingeben. Und falls du noch kein Abonnent bist, drückt gerne auf den Abo-Button. Dauert zwei, drei Sekunden, macht ihr nichts draus. Drückt einfach drauf und für die ganzen Leute unter euch, checkt einfach nochmal kurz die Glocke ab. Drückt auch auf jeden Fall drauf, würde mich mega freuen. Und jetzt bin ich gespannt, was auf jeden Fall in den Shop kommt. Es sind ja auf jeden Fall so einige coole Skins in den Ingame-Files gewesen. Und ich hoffe, dass einer dieser coolen Skins da erscheint. Kaktus-Skin wäre auf jeden Fall übelst cool. Fand ich auf jeden Fall mega nice auf den ersten Blick. Aber das Ganze wird sich jetzt herausstellen. Let's go. Was ist das denn? What the fuck? Da ist nur Kaka drin. Ohne Witz. Also Leute, ne. Dinger, dieser Skin-Episch, kann mir das jemand sagen? Welcher? Warte, links, links. Das hier? Ja, ja, warte. Der Skin war öfter im Shop drin, als ich in einer Kaka. Ja, ja, ja. Der hier. Leute, es ist so, Rabe war gefühlt 700 Mal im Shop. Deswegen fangen wir jetzt auch heute auf der linken Seite an. Wir haben hier den Rabenskin erhalten. Es gibt auch zig Varianten. Ihr wisst, es gibt ja auch noch die Eis-Variante. Deswegen finde ich den Skin jetzt nicht mehr so relevant. Weil die Eis-Version hätte ja auch nur 20 Euro gekostet. Und ihr hättet drei Skins bekommen. Also das wäre jetzt eine größte, also das wäre die größte Geldverschwendung, wenn ihr euch den jetzt kaufen würdet. Dann haben wir hier nochmal die Verwüstung. Ist auch ganz okay, aber ist jetzt nichts Besonderes. Mit den Flügeln halt hier, ne. Ist auch ganz extravagant. Und hier gibt es halt als einzigster Skin auch ein Contrail dazu. Was ich echt gar nicht mal so schlecht finde. Also hier kann man wirklich überlegen, ob man sich den kaufen möchte oder nicht. Wenn man ihn natürlich vom Aussehen her mag. Da haben wir Eisener Stabel am Start für 800 V-Bucks, Freunde. Ist eine richtig coole Spitzsacke. Auch hier mit dem Dampf finde ich das eigentlich ganz verlockend. Also das kann man sich natürlich gerne gönnen. Wir haben hier nochmal den gefliederten Gleiter für 800 V-Bucks. Ist mega geil. Ich feiere diesen Rauch, der hier immer raustritt, wenn man damit durch die City fliegt. Oder allgemein, wenn man den öffnet. Finde ich persönlich mega cool. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal hier den Taro-Skin erhalten. Für 1500 V-Bucks finde ich jetzt nicht so cool. Also die männliche Version ist nicht meins. Aber die weibliche Version würde ich mir doch eventuell holen. Ist so ein Skin, der extravagant ist, mit dem man doch gerne spielt. Und es ist halt nichts, womit jeder in Fortnite rumläuft, ne. Finde ich persönlich auf jeden Fall mega cool. Dann haben wir nochmal die Spitzsacke für 500 V-Bucks. Und zwar Torwächter. Für 500 V-Bucks ist das eine wirklich coole Spitzsacke. Es ist nicht zu teuer, Freunde. Und das kann man sich auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall easy peasy geben. Dann haben wir nochmal Flugkarpfen. Für 800 V-Bucks ist hier dieser Fisch mit diesen Wassertropfen, würde ich jetzt sagen. Und dieser komischen Rolle hier. Finde ich persönlich auch echt ganz cool. Also gefällt mir. Habe ich auch das eine oder andere Mal schon benutzt. Und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Soviel zu der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir hier einmal Sternennachtflug. Ist halt ein 0815-Gleiter. Ist jetzt nichts Besonderes. Klar, es ist jetzt ein Gemälde, was umfunktioniert worden ist zu einem Gleiter. Aber es ist immer noch nichts Besonderes. Deswegen lasst lieber die Finger davon. Dann haben wir nochmal Nachtlicht für 800 V-Bucks. Ist halt ein Skin, den wahrscheinlich die meisten von euch besitzen. Ist jetzt nichts super krasses. Deswegen lassen wir das mal einfach so außen vor. Dann haben wir nochmal Rabatz. Ich schwöre es euch Leute, in den letzten drei Wochen war er gefühlt sechsmal im Shop. Ohne Witz. Ich verstehe nicht, warum sie den so oft reinbringen. Lasst ihr mir die Finger davon. Absolut hässlich. Schaut euch mal bitte das Rücken aus. Widerlich. Also ist überhaupt nicht mein Fall. Gefällt mir gar nicht. Deswegen kauft es euch einfach nicht. Dann haben wir nochmal Elektro Swing für 500 V-Bucks. Ist ein ganz cooler Emote. Auch mit einem richtig, richtig geilen Beat. Kann man sich wirklich geben. Also wirklich geiler Emote. Dann haben wir nochmal hier Lead Swinger für 500 V-Bucks. Ist auch wieder hier so ein Fall. Eine grüne Spitzhacke. 500 V-Bucks. Und sie sieht extravagant aus. Aber kaufen würde ich sie mir nicht. Das coole hier an der Spitzhacke ist, wenn ihr mit dieser schlägt. Dann hört es sich so an, wie als ob ihr auf ein Mikrofon schlägt. Das heißt, wenn ihr das kauft, könnt ihr so ein bisschen Aggression ausüben. Aber, aber Freunde. Es gibt heute noch im Shop eine gute Neuigkeit. Und zwar haben wir einen neuen Emote bekommen. Fackelwirbel. Wir schauen uns das einfach mal an. Oh the fuck. Was geht mit dem Bruder ab hier? Der ist richtig am Updancen. Ja, Freunde. Ich würde sogar sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Wow. Er hat das Ganze jetzt suppliziert. Richtig krass am Flexen. Ihr seht, der Kopf ist am Brennen. Allgemein der Skin macht hier echt coole Moves. Und ich finde Beat echt cool. Achso. Ne, ne. Freunde. Den werde ich mir jetzt auf jeden Fall gönnen. Gefällt mir. Kann man sich geben. Fackelwirbel. Ist eigentlich ganz cool. Kann man sich nicht beschweren. Ihr könnt gerne die Videobeschreibung abchecken. Für Supergänze GPS in Karten, die da von 2-3 Minuten geliefert werden. Und jetzt switchen wir mal ganz kurz und knackig in den Ready-Develop-Modus und schauen dann dort nochmal rein, was wir erhalten haben. Dort wird ja oder hat schon ein neues Event gestartet. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze sein wird. Wenn ich genug Zeit habe, werde ich das Ganze auch antesten. Hier kommt schon der Trailer, der uns aber nicht interessiert, weil wir jetzt den Shop anschauen wollen. Deswegen skippen wir das Ganze mal. So, im Itemshop haben wir das legendäre Trollschatz-Lama, was ich euch empfehlen kann, wenn hier etwas Cooles bei rauskommt auf der rechten Seite. Ansonsten lasst lieber die Finger davon, so viel ist es jetzt auch nicht wert. Im Gegenstandshop haben wir hier auf der linken Seite den Hybrid-Skin erhalten für 2.800 Gold. Das Ganze ist aber schon gestern reingekommen. Gestern konnte ich leider nicht auf den Ready-Develop-Shop zugreifen, aber ist eigentlich ganz kurz und knackig gesagt ganz cool. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ansonsten, die linke Seite ist weiterhin gleich geblieben. Also da ist jetzt keine große Änderung. Und auf der rechten Seite, Freunde, haben wir auch noch ganz interessante Skins. Und das soll es aber auch schon hier an der Stelle gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen. Dann vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zeigst du irgendwann mal raus.